Herzlich willkommen zu Althoff antwortet, dem Arbeitsrecht-Podcast für Arbeitnehmer. Mein Name ist Christopher und heute sprechen wir über die geplante Abschaffung der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in der angeordneten Corona-Quarantäne. Ob dies wirklich alles so rechtens ist, besprechen wir heute mit Rechtsanwältin Alina Riedel. Ja, hallo. Alina, was bedeutet dieser Entschluss für mich als ungeimpfter Arbeitnehmer? Bisher war es ja so, dass man auch als ungeimpfter Arbeitnehmer im Falle einer behördlich angeordneten Quarantäne seinen Lohn von seinem Arbeitgeber weiter ausgezahlt bekommen hat. Das war die sogenannte Entschädigung. Jetzt hat NRW allerdings entschieden, dass zum 11. Oktober diese Regelung nicht weiter angewendet wird. Und gestern am 22.09. haben sich auch die Gesundheitsminister bundeseinheitlich darauf verständigt, dass diese Regelung, wie sie im Übrigen schon seit einem Jahr in § 56 Absatz 1 Satz 3 Infektionsschutzgesetz enthalten ist, dass diese Regelung nicht weiter angewendet wird. Das bedeutet, wenn man in Zukunft als ungeimpfter Arbeitnehmer in die Quarantäne muss, bekommt man keinen Lohn mehr ausgezahlt. Gilt das denn ausnahmslos für alle Arbeitnehmer? Nein. Auch hier gibt es natürlich Ausnahmen. Man denke zum Beispiel zum einen an die Arbeitnehmer, die sich nicht impfen lassen können aus gesundheitlichen Gründen, weil sie zum Beispiel chronische Vorerkrankungen haben. Oder aber an alle Arbeitnehmer, die schon genesen oder geimpft sind. Wenn es bei diesen Arbeitnehmern nochmal zu einer Infektion oder zu einem Impfdurchbruch kommt, dann sind die von der Regelung ausgenommen. Wie sieht das rechtlich aus? Ist das überhaupt so umsetzbar? Rechtlich ist das Ganze nicht ganz so einfach. Man muss zum Beispiel sich vorstellen, dass die Arbeitnehmer ja jetzt sich gezwungen fühlen könnten, dass sie ihrem Arbeitgeber gegenüber die Quarantäne verschweigen. Das wiederum würde eine arbeitsrechtliche Nebenpflichtverletzung darstellen. Und das wiederum könnte im schlimmsten Fall zu einer Abmahnung oder zu einer Kündigung führen. Vielen Dank, Alina, für deine Einschätzung dazu. Gerne. Abschließend lässt sich einfach noch sagen, dass wir nun abwarten müssen, wie die Arbeitsgerichte mit dieser neuen Situation umgehen. Und wir können gespannt sein, was dort für Entscheidungen auf uns zukommen. Das war Althoff antwortet, der Arbeitsrecht-Podcast für Arbeitnehmer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.